Wohnungsnot und Enteignung in Deutschland. Die Wohnungsnot in Deutschland wächst immer schneller. Kollaps des Wohnungsmarktes in Kürze befürchtet. Einig sind sich die politischen Parteien im Bundestag nur in einer Erkenntnis. Günstiger Wohnraum in ausreichender Zahl fehlt in Deutschland. Inzwischen räumt auch Bundesbauministerin Clara Geiwitz, SPD, ein, dass das Ziel von 400.000 neu gebauten Wohnungen pro Jahr zu hoch gegriffen war. Sie weiß aber auch nicht genau, wie viel letztes Jahr gebaut worden. Damit wird wohl auch dieses Wahlversprechen nicht eingelöst werden können. Was sagen die Parteien zum Wohnungsnotproblem? Unterschiedliche Ansätze der Parteien zur Lösung der Wohnungsnot bis hin zu Enteignungswünschen von Bürgerinitiativen. Wir haben es beleuchtet für Sie. Das Video verlinke ich unten. Die Wohnungsnot braucht jetzt Lösungen, kein Politgeplänkel mehr.